So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von MW2, genau so heißt das Spiel nochmal. Es ist sehr lang her, dass ich aufgenommen habe, da mein PC nicht angeschlossen war, da mein Zimmer neuen Boden gekriegt hat und ja, ich hatte keinen PC, ich hatte nur mein Macbook, aber naja. Ja, ich lasse mich auch mal wieder blicken hier. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal eine Runde Herrschaft. So, ja, die Runde beginnt gleich sehr, sehr schön auf Karachi, Karachi. Mal gucken, wahrscheinlich haltet es hier noch ein bisschen, weil der Raum noch fast leer ist. Mal gucken, ob ich was reisen kann, mal gucken, wie ich spiele. Das ist das erste Mal, dass ich wieder spiele, also erwartet nicht großartig irgendwas von mir. Vielleicht bin ich gut, aber ich denke eher nicht. So, wir nehmen mal die UMP, würde ich sagen. Herrschaft. Gut, die Runde geht auch schon los. Na, komm. Ziele einnehmen. Und wir sagen, geh mal erstmal zur A. Ja, komm, ist gut. Der Feind hat C. Gut. So, dann erstmal hier hochgehen, ja. Wow. Hey, 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 ich grinde vor. Okay, komm. Gehen so, Alter, das ist voll das komische Gefühl, wenn man so lange nochmal, na, nochmal gespielt hat. Na, Süße. Na, da kommt doch einer. Da kommt doch einer, komm. Ich weiß es. Ich weiß es. Na, zeig dich. Zeig. Okay, da kommt einer mal. Ey, das ist voll ungewohnt, ohne Spaß. Okay, da habe ich eine. Na, dich habe ich doch. War da jetzt einer? Komm, 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 komm. Uhu. Okay. Ach, Schitz. Hey, ich bin gehobing. Ja, komm, mach weiter. Ach, ich bin im Chat. Gut. Gut. So kann man das auch regeln. Da, komm. Da, komm. Ähm, von wo? Von wo denn? Hallo? Ich habe ich gesehen, Kleiner. Aber ich habe ihn leider nicht getötet. Von wo denn? Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, von wo. Wow, das war knapp. Ich habe ich. 3-1 geht eigentlich sogar. Dich habe ich. Nein! Mh! Gut, dann würde ich sagen, ficken wir die mal von hinten so schön ins Arschloch rein. Und mal gucken, ob wir so einen kleinen Schließmuskel vielleicht reißen können. What? What? Ist da eine drauf? Ist ja nicht so geil. Okay, wir haben 10 nicht eingenommen. Das ist nicht toll. Gehe ich mal hier drauf. Charly wird gesichert. Charly wird gesichert. Ey, das ist so ungewohnt mal wieder zu spielen, wa? Wer haben einen Averloren? Aha. What the fuck? Okay, da oben war einer. Na, siehste. Ah, bitte, bitte, bitte. Jawoll! Sauber. Wenigstens noch gekillt. 5-3. Ist natürlich schon erbärmlich. Aber, naja. Boah, Mann! Was will ich sehen, Aldo? Hehehe. Mit der AK. Nein, nein, nichts so mit mir. Nichts so mit mir. Hä? Ich kann gut Deutsch. Na komm, süßer. Zeig dich. Zeig dich. Ja, gut. Nein! Ach, Mann! Alter! Ich hab's echt irgendwie nochmal drauf, wa? Ich hab's echt irgendwie nochmal drauf. Okay. Da oben war einer drauf. Ist das einer? Nee. Alter, jetzt geh mal da hoch, Junge. Danke. Okay. Die Waldfee! Ich hab' ich. Aber hier ist noch einer. Jawoll, der guckt jetzt von da. Pass mal auf. Da. Okay. Alter, wie schlecht schieß ich denn, ey? Meine Fresse. Komm, auf, Leihzone. Zack! Das war nochmal die Taste, ja. Okay. Selma. Oh, wow, wow, wow. Oh, wow, wow. So. Ja, das war jetzt voll toll. Vorräte bereit! Okay, die kommen eh alle da jetzt. Kann ja nicht schon campen, ne? So. Assist. Oh, ich hab' gleich keine Money mehr, Scheiße. Redditor. Die will ich gleich mal einsetzen. Gucken, wo sich die ganzen hinverkämmt haben, ne? Komm. LOL! Da bin ich mit meiner Maus hängen geblieben. Willst du mich verarschen? Scheiße! Hehehe. 10,6, Alter. Was ist denn das? Vorräte. Komm. So macht man das nämlich, Leute. So macht man das nämlich. Ja, erstmal mit der G18 rumnuben. Okay, da hinten sind sie. Ist der. Na, süßer. Na? Na, Predator. Ich weiß, ich campe. Aber das ist, glaube ich, gerade einfach die einzigste Möglichkeit hier. Nach Bruder, dass sich was zu reißen. Ich weiß. Shit. Hehehe. Komm. So. Dann schauen wir mal. What the fucking hell. What the fucking hell. Oh. Oh. Das war natürlich gut. Ich weiß es. Wow. Wow. Na, komm. Ah, shit. 18,7. Es wird immer besser, würde ich mal sagen. Würde ich mal so grob behaupten. Ah, wird gesichert. Ah, wird gesichert. What? Ne, ne, mein Freundchen. Dich hole ich wieder. Nein. Fuck. Dich glätt ich. Ah, shit. What? Hehehe. Komm, ich hole den Punkt alleine zurück, Junge. Ich hole den Punkt alleine zurück. Nein. Oh. Mann. Was kann denn mein Team überhaupt? Was kann denn... Wow. Was kann denn das überhaupt? Und ich hab noch meine Breadzone. Ich setz sie nicht ein. Warum? Warum? Komm. Hier. Zack. Komm. Hey, wir könnten da alle rum. Komm, erst mal hier Vorräte, würde ich sagen. Dann machen wir hier meine Drohne. Und dann hole ich mir nochmal Vorräte. So. Das muss eigentlich auch mal sein, ey. Meine Fresse, warum mach ich das nie? Jetzt haben wir nur dumm von mir. Ich weiß. Ach, noch eine Breadzone. Komm, die können... Nein, nicht einsetzen. Nein. Komm. Lol. Lol. Oh. Eine Harrier. Ach, gerade ist aber eine Harrier draußen, ne? Ach, egal. Dahin mal platzieren. Dann geh ich mal hier hoch. So, 22,9 geht eigentlich sogar. Geht eigentlich sogar. Wir verlieren A. Scheiße, ich hab den zu spät gesehen. Hey, ich hab den zu spät gesehen. So, Junge. Jung. Jawoll. Ach so, eine Harrier richtig fett am Dampfen, sagst du? Ja, Mann. So muss die. Okay, dich hab ich gesehen, mein Freundchen. Dich hab... Ich hab hier irgendein... Fuck. Shit. Shit. Ey, das war jetzt dumm von mir, muss ich zugeben. Ah, Mann. Hatte den jetzt? Komm, dich... Glätt dich nicht. Jo. Jo. So. Lol. Daran hab ich jetzt überhaupt nicht gedacht. So. Na? Schnuckis. Wo seid ihr denn? Lol. Ich kämp' ganz oben auf dem Dach. 27,13? Ja. Drittbester auf den Server. Geht's. So. Naja. Okay. Leute, das war die erste Runde, seitdem ich wieder an meinem PC bin. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, bis dann. Habt noch einen schönen Tag. Und viel Spaß beim Kackengehen. Bis... Bis dann. Ne, warte, was? Äh. Bis... Tschüss!